Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Ersbruch. Das ist da drüben im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern. Zum Lucetta 202. Und jetzt könnten Sie sich zum Beispiel Ihre Traumküche raussuchen, denn unsere Showküche ist verkauft und wenn Sie uns Ihre neue Küche ein Jahr ausleihen und sie danach super günstig und super perfekt nachgeölt eingebaut bekommen, dann können Sie eine Menge Geld sparen. Das macht mir gar nichts. Ja. Ich weiß, aber ich sitze hier an. Zum Angeben, warum soll ich das sehen? Und Schwarz? Ja. Ja. Das Schöne ist, in der Karte, die ich die Sachen einfach umreichten. Also ich habe in der Tat mal so die. Danke, dass wir auch da nicht reden. Vielen Dank. 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 Und wirklich die Finger machen jetzt gar nichts mehr, weil das ist viel für die Küche. Das ist doch perfekt. Der Alpdarm in der Hochglanzkirche ist irgendwie beendet. Ja, genau. Beim Rausziehen kann man noch üben, aber das Schließen war perfekt. Ja, dann haben wir ja 100 Punkte, oder? Mehr geht nicht. Ich habe das gerade überhaupt nicht wahrgenommen. Wenn das ist, wenn das ist, wenn da unten jemand eine Lichtwand läuft. ich habe das ist, wenn das ist, wenn das ist, wenn das kannst du nicht mehr machen, dass ich das nicht mehr so schön. Wir können jetzt in der ersten Katze in ihr Mangel am Kopf, wenn ich ins Modell weiter boxe. Dann genommen haben wir die Hände. Ist das dann nicht so, wie die Hände hieß ich? Ja, genau. Und dann lesen ich dir aus dem Rezept und du machst das mal. Schöner und besser. Das ist so ein schönes Holz. Das ist gleich nicht schön. Ich habe noch nichts in der Krise. Ja, so schön. Und modern und jung und Holz und durchgut. Zeitlos. Zeitlos. Genießen Sie den Februar. Es wird schon langsam Frühling. Besuchen Sie uns in der Gumbach, wann immer Sie Zeit haben. Und bis bald. Ja, so schön. 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 Ja, aber weil Sie aber nightmare haben.